Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie im Firefox den sogenannten Referrer abschalten können. Wenn Sie über einen Link oder eine Grafik von einer Webseite auf die nächste springen, dann schickt Ihr Firefox die Information an die neue Seite, also die Information, woher sie kamen. Kann man auch leicht nachvollziehen, ich habe jetzt hier mal eine Seite aufgerufen, da ist ein Link zu einer anderen Webseite drin und wenn ich da draufklicke, so in dem Fall öffnet sich jetzt ein neues Fenster, das würde aber auch natürlich gehen, wenn ich die Seite jetzt hier richtig verlassen habe. Also, auf der Zielseite, da werde ich einfach in der URL-Zeile eingeben, JavaScript Doppelpunkt und jetzt hätte ich gerne eine Messagebox und da soll drinstehen der Dokument Referrer. Abgeschickt. So, und jetzt bekomme ich hier mein Pop-Up und da steht eben genau drauf, wie der Referrer heißt und der Referrer, wie schon gesagt, ist meine, ich sag's jetzt mal, Absprung-URL, eben sempervideo.de und dann hinten relativ genau, von welcher Seite ich da gekommen bin. Das kann natürlich für Webseitenbetreiber ein schönes Marketing-Tool sein, denn Webseiten können so feststellen, woher die Nutzer kommen. Kann ich hier auch zeigen, habe ich hier mal kurz aktiviert für sempervideo.de. Da kann ich mir das hier auch entsprechend auflisten lassen und dann wird das eben hier alles, ich sag jetzt mal, schön zusammengefasst gezeigt, dass eben zum Beispiel von Twitter 33.000 Benutzer herübergekommen sind oder von gutefrage.net. Und auch hier kann man ganz klar sehen, die Seite wird genau angezeigt und ich kann da jetzt direkt hinspringen. Also darum geht's in Bezug auf die Webseite. Allerdings, dass immer dem Nächsten gezeigt wird, woher ich denn gerade komme, muss nicht unbedingt in meinem Interesse sein. Vielleicht möchte ich das nicht, dass jeder weiß, wo ich vorher war oder wie ich auf die Seite gekommen bin. Da hätten wir dann zum Beispiel schon mal Datenschutzbedenken. Oder natürlich, wenn ein Admin nichts drauf hat, haben wir mal Sicherheitsbedenken. So gibt es einige Admins von Webseiten, die transportieren persönliche Daten in der URL. Und bekanntes Beispiel war da vor kurzem die US-Gesundheitsbehörde. Die hat in der URL, also hier oben drin, zum Beispiel Geburtstag, Wohnort, Postleitzahl, ob man verheiratet war und so weiter, alles in der URL mitgespeichert. Und wenn man dann eben über einen Link die Seite verlassen hat, hat man die Informationen eben auch an Dritte weitergegeben. Ist also nicht unbedingt wünschenswert. Ist aber nicht ganz so tragisch, denn das Ganze kann man problemlos abschalten. Dazu einfach im Firefox ein neues Tab geöffnet und dann hier about-config in der URL-Zeile eingegeben. Dann hier, ich bin mir der Gefahren bewusst und hier suchen wir nach Referrer. Allerdings absichtlich falsch schreiben. Referrer wird normalerweise mit zwei R geschrieben in der Mitte. Hier allerdings nur jeweils mit einem R. Warum das hier falsch geschrieben wurde, ist relativ einfach zu erklären. Der entsprechende Eintrag in der Spezifikation, in der das Ganze behandelt wird, hat einen Schreibfehler drin. Insoweit, man muss sich auf die Spezifikation beziehen und die ist falsch benannt durch den Schreibfehler. Deswegen muss man hier den Schreibfehler mitführen. Machen die anderen auch so. Gut, also wir finden unter anderem network.http.sendreferrerheader. Das ist die entsprechende Funktion. Die steht standardmäßig auf zwei. Der Firefox gibt mit dem entsprechenden Eintrag darüber dem Nutzer noch die Möglichkeiten, diesen Referrer graduell zu, ich sag jetzt mal, justieren. Je nachdem, wie man das wünscht. Zum Beispiel, dass eben nur die Adresse übermittelt wird, wenn ich von einer Seite innerhalb der gleichen Seite auf eine andere Webseite springe, also nicht zwischen zwei Domains, dann gibt es noch die Möglichkeit, die Domain immer zu kürzen, dass nicht gesagt wird, von welcher Seite ich komme, sondern dass nur gesagt wird, ich komme von sempervideo.de und nicht von welcher Unterseite. So viel dazu. Werden wir mal in einem anderen Video behandeln. Hier jetzt nur die Holzhammer-Methode eben abschalten. Das heißt, ich nehme den Referrer, weil die Option, die muss drin sein. Die andere Geschichte hier zum Beispiel wird in der nächsten Version von Firefox schon wieder anders benannt. Das ist halt eine Firefox-interne Geschichte. Deswegen so viel dazu. Also, den sendreferrerheader, der wird einfach auf 0 gesetzt. Dann wird das hier entsprechend fett gedruckt angezeigt. Damit haben wir das geändert und damit schickt unser Firefox jetzt keine Daten mehr. Kann man auch direkt prüfen. Dazu springe ich nochmal zurück auf die Webseite von eben, öffne nochmal die nächste und hier jetzt eben nochmal JavaScript, Doppelpunkt, Alert, Klammer auf, Klammer zu und dann hier document.referrer. So, bekomme ich jetzt ein leeres Popup. Warum? Weil da halt nichts mehr übermittelt wurde. Ist also ganz einfach. Okay.